Ja, herein. Darf ich mal kurz stören, Mädels? Und, Jungs, ich möchte euch Herrn Kaminski vorstellen. Hallo. Hallo, das ist Bodo. Na, hab ich euch zu viel versprochen? Wer ist das? Na, Bodo. Schön, dass du gekommen bist. Ja, wirklich. Danke schön. Ja, wir bleiben. Du meinst noch mal? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. TELL ME. TELL ME. TELL ME. Im Bruchteil einer Sekunde kann alles vorbei sein. Achtung! Unser Superhirn hatte einen Tiefschlag erlitten ... Und dieser traf auf uns. Du solltest uns beschützen. Sie darf mal einen Fehler machen, aber nicht du. Halt die Fresse oder ich knall dich ab. Du hältst deinen Mann. Rukio, runter mit der Pistole. Ich biete dir die Freiheit an. Wenn du nicht kooperierst, 30 Jahre. Du entscheidest. Inspektora. Koronel, ich bin Gandia. Sicherheitschef der Bank von Spanien. Es ist mir gelungen, mich zu befreien. Die Kameras übertragen gerade nichts mehr. Ihr seid allein. Ihr seid nicht unbesiegbar! Tokio, er ist ein Mörder. Professor, Sie haben gesagt, es sei unmöglich, hier rauszukommen. Aber Sie meinten, Sie schaffen das. Also stehen Sie zu Ihrem Wort. Gedulde dich. Gedulde dich. Wach schon! Das ist mehr als ein Überfall und das weißt du ganz genau.